Ein spektakuläres Kulturfrachtschiff auf dem Domfelsen nimmt Form an. Am Freitag fand an der Elbehöhe Domfelsen eine Veranstaltung mit Infos, Diskussionen und Musik statt. Das 1 zu 100 Modell wurde getauft auf den Namen Arche Magda. Es ist eine Vision für ein prägendes Symbol mit großer Außen- und Innenwirkung. Ein Kreuzungs- und Sammelpunkt sowie Spielfläche insbesondere für Kulturhauptstadtprojekte der lokalen freien Kunst- und Kulturszene. Die Impulse kommen aus der Bürgerschaft zur Unterstützung der freien Kulturszene Magdeburg im Krisenjahr 2020. Das Frachtschiff selbst ist eine facettenreiche Metapher und Projektionsfläche für Mobilität, fremde Länder, Austausch und Verfügbarkeit von Kulturgütern. Magdeburger Künstler werden unterstützt, in 2020 Kunstwerke zu erschaffen und für das Kulturfrachtschiff 2025 in Container zu verfrachten. Die offene Bühne soll am Westufer den Zuschauern auf den Elbtreppen zugewandt sein, ebenso das Präsentierheck mit den Euro-Containern. Hier schweben mit einem Kran immer wieder die international genormten Behältnisse mit individueller Kultur und Kunst von Magdeburger Künstlern aus den Vorjahren 20 bis 24 sowie aus verschiedensten europäischen Städten ein. Das können auch temporär Wohncontainer für Künstlerinnen als Artist in Residence sein. Auf der Flussseite ist es geschlossen und kann als Projektionsfläche für Filmsequenzen oder technische Farbspiele dienen. Aber auch als virtuelle Spielfläche für den europäischen Widerschein lokaler, nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler. Der Wasserspiegel reflektiert diese Lichtspiegel gewissermaßen als Wasserstandsmeldung unseres Europa. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Webadresse.